ja und willkommen mein name ist an die rolle p und ich begrüße euch zurück zu als bei tales of asperia die definitiv edition ja ansichten zu finden ja dann kann ich das geld nicht klauen wir eine letzte folge haben wir flimmen doch in der letzten folge haben wir flimmer getroffen und haben uns ein bisschen gezankt und ja wir müssen überfahrt haben auf den anderen arfen auf der anderen seite des kontinents und ja die boote wollen aber nicht irgendwie so ich guck mal hier nach aus vorsicht und ja wir müssen deswegen mit diesem gouverneur ja der bürgermeister hat was ich glaube gewonnen hier reden und den versuchen zu überzeugen ob wir vielleicht doch nicht dadurch können und ja der tut irgendwie auch spaß hier leute dazu zwingen ja gegen monster zu kämpfen und ja das ist ein bisschen krank also ja ich stelle mir vor wird ein sehr interessantes gespräch was wir hier führen werden aber wollen wir mal sehen alles klar und haben wir für eine andere wahl die wachen sind weg gut nein da sind sie aufgetaucht okay vielleicht kann ich sie betäubt von am ich war gerade schießen das war ja sehr erfolgreich schon wieder update übrigens klingelt drei schau dich mal jetzt klären ein geschenke was meinst du damit zu erwarten hat wie ich kämpfen müssen aber es doch irgendwie nützlich okay nachdem ich ihn gelobt habe ja 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 das gleiche wir müssen erst mit leuten reden okay irgendjemand wird schon mal wissen vielleicht sogar wenn man den irgendwie fragen heißt es wieder was du willst machen er kann ich nicht zulassen als gefährlich sind auch freunde und die sind ja freunde was er willst du dich auf den steuern drücken ich habe keine ahnung kein problem nicht meins sehr schön was mit dir haben die erste geschossen weil er wirklich leid dauernd die wahl aus weißt du was übernützliche gar aus sind doch monster nicht wahr das könnte richtig gewesen sein letzter zeit kam ihre gas an regenthal zum fahren heraus also zufällig naja ich bin wohin du seid auf der reisepass muss auch der grüne ist ja niedrig richtiger kerl da weiß mit diesen beiden diesen einen mann dem am anfang getroffen haben die mögen es gern dunkel deswegen kommen sie nur bei regen raus die mögen es nur dunkel also müssen wir an einen dunklen ort gehen jetzt mehr zu diesem schnee ort gehen aber das alles andere als dunkel ne dann weiß ich im wald südlich von norr also bitte nichts weiter als ein gericht da sind wir in abend kursiert südlich von norr jetzt wollte ich ja wie viel geld ich besitze das hatten wir schon hier kommen schon gaststätten müssen also sonst immer irgendwelche gerüchte ist hier eigentlich nichts der frage mal vorlegen der ist nicht mehr da kann ich mir das geld hier schnappen auch man die legen wir besser zurück da klingt irgendwie gar nicht nach mir mein gott wenn es nach mir geht ich sehe geld einstecken keine fragen keine hinter gedanken einfach einstecken fertig und katz ihn die stelle noch einige die 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 Ich habe mich, und ich habe keine Angst, dass ich mich selbst verletzt. Ich habe nur noch einen kleinen Sprecher. Yuli... Du bist auch nicht. Wichil... 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 Das ist nur das Wunderschön. Furen? Für die Wunderschön ist das Wunderschön. Das ist für mich, dass ich mich nicht beherrschlafen. Das ist auch nicht so glücklich. Das ist für mich, was ich nicht zufrieden. Hey, Espel, ich muss jetzt gehen. Ich werde die Wunderschön. Das war's für mich. ok rechts und besuchen und beschlagnahmen hey, Rita, was für ein Freund von Blastia-Kentürzern war, ist das was? oh, das ist das das, wenn man die Blastia-Kentürzern auf den Blastia-Kentürzern verabschiedet hat, dann kann man sich nicht mehr in den Blastia-Kentürzern gehen. was ist das? 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 ok ein goldenes licht südlich von nord jemand gesagt das ist jetzt hier nichts dunkle orte ok wie sie sich jetzt an dunklen orten ich nehme an und wollte irgendwo oder hier ist das so ein Viech bist du wattviech? das ist so hartviech ok bitte sei nicht so stark wie der letzte boss du bist ein boss oder das normale kampfmusik ok ich spiele noch ok ja man ich werde mal down kriegen oder komm schon keine wird zum stehen genau ich glaube bitte ich habe noch nie eingesetzt wir haben ja einige neue angriffe ich wollte noch nicht gesehen haben weil ich als viel gelevelt habe da kriegen wir hat sie immer noch andere sachen oder ja 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 sorry peter klau mal keine wird zum stehen ok also haben wir schon mal geklaut ich halte meine tasche war niemand kochen wo ich habe noch gar nicht geschickt ich habe neue rezepte wir haben ja auch verprügelt wir haben ja auch verprügelt wir sind schon wieder da ich muss zwei grenzschlüsse goldnes horn vielleicht ist es ja viel wert vielleicht aber ich muss mal kurz ja beim kochen gucken können wir irgendwie neue sachen kochen ob es allgemein bräuchte noch ok wie mache ich das nochmal machen tp kriegen wir dadurch cool das ab kochen hier hochleveln man verspät mir jetzt nicht alle den weg hier naja ich bin schon ich habe gar nicht nachgeguckt wie viel habe ich irgendwo gestohlen von dem wie ich was wertvolles ich habe jetzt gar nicht geschickt worden von level ab wie ich war aber ich bin immer noch sehr überlevels wegen dem letzten boss wo ich ja 8 level hier hochleveln musste eine chance zu haben also ja wir gehen immer noch kämpfe aus dem weg vor allem gebieten wo wir schon waren und wir waren ja schon gut jetzt müssen wir ihm da toren geben graben kurz jetzt so hier 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 Juri? Nee? Okay. Ach, wir schwimmen einfach rüber. Dann gehen wir mal. Da war ja klar, dass wir die beiden Leute wieder sehen. Irgendwann. Hi. Ja. 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 Die Vorgang ist die Zeit der Kultein der Regierung in der Regierung und wird mit dem Kultein der Begriff der Kultein gesetzt. Zitat Ende. Sieht genau so, dass sie die Kultein der Kultein der Kultein der Kultein der Kultein. Hä? So, wie soll ich das? Wie soll ich das in die Position sein? Wie soll ich das in die Kultein? Es ist sehr schwierig, dass ich in die Kultein der Kultein in den Kultein in die Kultein kam. Ja. ich würde sagen wir noch steigbrieflich gesucht sind wir wachen gleich am boden tot der oft uns gerichtet noch einmal gemacht haben wir die erlebte da unten liegen sie ich kann es gesehen manchmal zwei werden sie noch gelaufen sind aber noch gucken man hey aber irgendwas wäre hier liegt einfach so ein item ok hey kollege gute arbeit er ist nicht so nachgelaufen und zwar Papa! 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 Hilfe! Da ist ein Kind, ne? Was ist denn? Was ist denn hier? Wir gehen. Wir haben jemanden. Raven, oh Gott. Warte. Why would you go home? That was? Doch, was? Do you know? Tja, what? Caesie? Do you have to be an достie? O hh. Wait. Your favorite character? Did you see me? You know? What's wrong with me? Well, you know, but... Well, you know. haben wir die fücher schon mal gesehen weil wir kämpfen trotzdem schwarzes rhino schwarze 19 die tun jetzt schon aufholen mit dem level hat gibt es nicht die steine auf die losgegangen zitronen gummi cool da war glaube ich sag mal 60 prozent dort gibt es nicht aber nicht mal so war mal ein bisschen ja da habe ich eigentlich meine heile items und so ich brauche ein paar apfel kommis aber bringt eigentlich nichts im kampf also für einen kampf schwarzer baselis der max schwarze sachen zu sammeln nämlich an soll eigentlich nur normal angreifen der beste mit carol diesen heilen ruf kann man sich übrigens auch außerhalb des kampfes heilen habe ich mal gemerkt weil sie ja richtig brauchen jetzt in der zeit alle charaktere also ja keine gift geht nicht weg nach dem kampf kann ich gegner von hinten angreifen schwarzer wolf das meine tasche ist für die struktur tasche wie von krillen destrukturen ist so wir haben zwei drei wege wo wir mal in vom kammer von links wie man aber reicht immer nach rechts gehen thron wehr maus möchte man noch einigen gegner am besten aus dem weg gehen allerdings muss auch mal magisches auge und boom jetzt war gar nicht so viel tp abziehen nämlich fragt war kann gar keinen rückschritt macht manchmal und so nach hinten springt ging nicht ich habe uns mal hochwecklinger tp wieder zurück durch sie ist verstummt glaube ich also da ist irgendwie so ein zeichen wenn ich damit immer treiben so kann ich das nachgucken dank so gehen sie hat irgendeine irgendwas hier wird gleich zaubern dreck solchen dateien mit der schwert und magische sauge sporten habe ich schon gefragt ob man hat kann in diesem spiel aber muss man auch erst freischalten so weniger p magische angebung das perfekt dadurch kann man auch dings herstellen oder überall mit anzeigen zu füllen okay gibt noch mal sporten noch wird jetzt mal einen heiligen trank ein weil wir sind ja noch halbwegs über level vergleich zu den gegnern und hier ist sogar falsch sehr gut da ist wir müssen jetzt nach oben gehen ich habe ich auch schon gekämpft naja ja so wie soll ich mit zerteilen irgendwann speichert und können die dateien sonst ist sie dauerhaft irgendwie im anti atem modus sage ich mal stummen wenn ich da teilt bei der fans sehen dass wenn man keine zauber einsetzen kann nämlich mal an was das ist also jetzt ein boss kommt da wäre natürlich richtig doof es kann aufbanken ja auch mama und papa gesagt in japanisch ist mama und papa auch japanisches wort auch in japan Ich bin hier und bin hier. Ich weiß, dass ich nicht mehr Geld verdienen kann. Hey, was ich das? Was ist das Schade? Was ist das Schade? Was ist das Schade? Was ist das Schade? Papa... Roma... Ich will in die Zeit. Oh Gott... Ja, wie hat dieses Kind hier überlebt? Hier sind Monster überall. Orangen Gourmet. Warum hast du so schnell deine Fähigkeiten raus? Strategie. Ja... Ja, aber richtig schnell weg. So, das haben wir ja drei Wege. So gesperrt, du kannst da nicht rein. Ich denke mal, da ist richtig, ne? Ich freue mich. Also gar weiter gehen. Geradeaus ist ja meistens richtig, oder? So, hi. Keine neuen Monster, ne? Aber der Truhe. Das ist halt wichtigste. Kotaro. Ich glaube, das haben wir schon, ne? Und wir bauen sogar eine neue Waffe. Das ist immer perfekt. Ninja Legenden inspirierter Dolch. Kütze Abwehr und Verteidigung. Okay. Bin mal los. Warte mal, haben wir überhaupt schon mit Juri Sachen gelernt? Ja, ne? Gott. Das muss ich doch. Das ist richtig. Wollen wir nicht gut. Ich habe ja so lange. Sie ist so gesperrt. Du kannst nicht rein. Was? Das ist ein Hund. Ich kann nicht so repeat wechseln. Was? Also, wir sind wieder zurück zum Eingang mit dem Kind oder? Nein. Das ist auch ein Hund. Es soll mit repeat hier rumlaufen, aber was? weil sie jetzt sind die alle monster erledigen oder was kann man denn sonst ja noch machen für abschließend mit feuer also war war alle monster erledigen kann auch nicht stimmen weil da oben war ja auch so eine türe mit mitten und dran oder am wolf wie es so schwer du kannst nicht rein und solchen dann hingehen ich wollte ihr erledigen oder wat wir schon so einen ganz kleinen tipp geben also also ich will gerade nicht wirklich level weil schon verdammt hohes level habe ich jetzt nicht gerade ausprobieren ob das weil ich ja mache richtig ist ja und wer erst war das kann man auch seine arzt weg wir sollen uns jetzt ja wie soll man ja durchkommen ja schon immer halt hingegangen oder also weiß man sich apfelgummis einsetzen von denen ich nicht viele habe heute ein bisschen unfair gerade kommen wir nicht mehr raus ich kann nicht sachen holen oder so jetzt kann speicher punkt jetzt gar nicht ja meine charakter die verrechten japan hat soweit gehen wir müssen jetzt ein paar apfelgummis oder irgendwas zum heilen hier hinterlassen aber sonst geht das ja nicht weiter wie wir also auf den nerven gewid ihr einfach nur weg rennen ich muss den andauernd hinterher kleiner schütze hat okay gut die zu erledigen war wohl doch richtig aber trotzdem irgendwann meine dings hier meine meine sachen ja entfernt okay ich war hier für ich kann mal noch gegen so ein wolf natürlich auch wieder so ein schlüssel so ein bisschen blöd da ich mich nicht heilen kann oder so arzt einsatz kann die schraube gesehen ich glaube hier kommt man an den schlüssel nämlich an aber da ist auch ein wolf dran wenn ich hier nicht dann egal war weiter so mit ganz und heilspeichert und da wäre jetzt gut wenn ich schon nicht raus kann also aber gut bitte sagt mir der halb mich hoch das ist ja überhaupt nicht böse das ist ja überhaupt nicht böse das ist ja überhaupt aber ich bin ich bin es ist ja überhaupt nicht nur like ich bin ich bin Was ist das? jetzt mal speichern ja sie sind monster im keller ich habe als notfall genug ach das ist ganz geil sehr schön wie sieht es mit kochen aus majori hat schon ein stern kohl nur die sind eine tru oder irgendwie so was ich glaube ich trotzdem mal nach gut dann würde ich sagen in der partie zu ende nächste folge gehen wir dann mal weiter diesen typen verfolgen und den werden versuchen den aufzuhalten und ja ich danke euch fürs zuschauen und wir sehen uns der nächste folge wieder hoffentlich hinter das einladen oder ein kommentar dafür sehr lieb von euch und